Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im Philippstal, das ist in Hessen, gehen gerade unsere Morgenrunde bei dem schönen Wetter mit Bagira. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Oh, nicht gefangen. Mies, Junge, mies. Wieso wäre gerade richtig schön hier zu sein? Hier ist einfach weit und breit gar nichts. Hier kann Bagira laufen, wie er will. Ohne Leine. In der Stadt ist das nicht so einfach. Mal schauen, wann er bemerkt, dass wir weggehen. Dann kommt er uns hinterher gedüst. Wann ist das ein Door-Round? Ach ja, was hat er gemerkt? War schon zu weit weg. Angst, dass ich Herrchen verliere. Dann komm her, du lahmest du hier. Komm. Mensch. Eine Fall. Oh nein. Ich hoffe, man erkennt es gut. Das ist jetzt ein Werk von K&S. So ein riesen Salzberg. Einfach nur hammergigantisch. Krass. Oh mein Gott. In so einer Gegend hier. Er ist einfach easy höher als die Berge drumherum. Mann, Mann, Mann. Hey Bagira, hast du uns was zu sagen? Nein. Gib mal High Five. High Five, los. Oh, nee, da richtig. Bei Bagira, los, High Five. Warte mal High Five. Yeah. Jetzt geh du Faust. Ja, geh du Faust. Ne? Ja. Komm. Hier. Ja, fein. Ja, fein. Da bellt irgendein Hund, ne? Bagira? Und Bagira so. Warum macht er das nur? Warum ist der so laut? Du kannst gar nichts damit anfangen, ne? Oder willst du jetzt auch mal bellen? Na, los, gib mal laut. Kannst du nicht, ne? Hör auf, die kriegen wir nicht an, Handy das beizubringen. Gibst du laut? Mama, wuff. Nein, kann er nicht, ist zu doof. Ne? So ein süßer. Ja, wir sind wieder zu Hause. Im Großen und Ganzen war das Video eigentlich eher... Guck mal, Bagira. Da? Da kannst du gucken. Nein, du bist zu doof. Im Großen und Ganzen war das Video eigentlich eher, um zu gucken, wie die neue Kamera aufnimmt und wie die Qualität damit aussieht. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, dass ich euch zeige, wie man Hunden Tricks beibringt oder Kommandos. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.